Ich war wieder allein und schon bald würde ich buchstäblich der Furcht in die Augen sehen. Die Furcht in die Augen sehen, dass die Furcht in die Augen sehen. Die Furcht in die Augen sehen, dass die Furcht in die Augen sehen. Die Furcht in die Augen sehen, dass die Furcht in die Augen sehen. Die Furcht in die Augen sehen, dass die Furcht in die Augen sehen. Die Furcht in die Augen sehen, dass die Furcht in die Augen sehen, dass die Furcht in die Augen sehen. Die Furcht in die Augen sehen, dass die Furcht in die Augen sehen, dass die Furcht in die Augen sehen. Die Furcht in die Augen sehen, dass die Augen sehen, dass die Augen sehen, dass die Augen sehen. Die Augen sehen, dass die Augen sehen, dass die Augen sehen, dass die Augen sehen, dass die Augen sehen. Die Augen sehen, dass die Augen sehen, dass die Augen sehen, dass die Augen sehen, dass die Augen sehen. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Das war's für heute. 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 Und... 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 Das war's für heute.